Kennt ihr sie? Die wundervolle Plätzchenzeit. Ich finde ja persönlich, man könnte im Prinzip das ganze Jahr über so leckere Kekse und Plätzchen essen. Wir fangen hier heute bei unseren Zitronenplätzchen an, damit zwei Bio-Zitronen, die gewaschen und getrocknet sind, einmal hier zu schälen. Wichtig ist, dass ihr am besten immer nur das Gelbe nehmt und nicht das Weiße, denn ansonsten würde das ein bisschen bitter werden. Also hier schön vorsichtig abreiben. Ich mache das hier ganz bequem auf der Arbeitsfläche. Ihr könnt das natürlich auch in eine Schüssel oder in einen Teller machen, aber ich finde, das sieht auch einfach schön aus. Und wenn man eine Zitrone frisch reibt, dieser Geruch, der sich verteilt, ist einfach fantastisch. Also, kauft keine fertige Zitronenschale, macht das zu Hause selber. Ist günstiger und es hat tatsächlich ein viel schöneres Aroma. Und vor allem wisst ihr, dass da keine zusätzlichen Stoffe drin sind, die wir überhaupt gar nicht brauchen. So, das Ganze nehme ich jetzt hier einfach mit meiner Teigkarte. Und schon können wir mit den leckeren Zitronenplätzchen weitermachen. Ich habe hier in meiner Schüssel ein wenig Mehl und Speisestärke. Dazu kommt die Zitronenschale, Zucker und ein wenig Butter. Die Veganer unter euch können das mit veganer Butter ersetzen und danach noch ein bisschen von dem frisch gepressten Zitronensaft. Solltet ihr mehr übrig haben, der lässt sich ganz wunderbar einfrieren. In kleine Eiswürfelbehälter einfach geben, dann habt ihr immer etwas da. Und nun die selbst hergestellte Hefe, wie die geht und auch die Alternativen dazu, findet ihr oben rechts unter dem i. Und weil die Plätzchen so einfach sind, mache ich das tatsächlich so, dass ich die mal eben schnell in der Hand oder mit der Hand verknete. Da brauche ich noch nicht mal eine Küchenmaschine für. Selbstverständlich könnt ihr eine verwenden oder auch ein Handrührgerät. Aber so, finde ich persönlich, ist es nochmal eben schöner. Und natürlich haben wir vor Weihnachten unheimlich viel zu tun. Meistens machen wir uns den Stress aber selber. Entschleunigen wir einfach ein bisschen, indem wir leckere Plätzchen backen, die mit der Familie genießen. Das am besten vielleicht auch gemeinsam zubereiten und uns einfach dafür ein bisschen Zeit nehmen. Daher empfehle ich für die Plätzchen einfach mal die Hand zu nehmen. Ich habe hier die Schüssel von Ries Emalie. Die ist ganz klasse dafür. Da geht nichts raus. Ihr könnt natürlich auch größere oder kleinere Schüsse nehmen. Und die Ränder nehme ich jetzt hier eben mit meiner Teigkarte. Und der Teig sollte jetzt nochmal mindestens für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gestellt werden. Da kann er nochmal ein bisschen ausruhen und auch wieder fest werden. Nach dieser halben Stunde habe ich hier jetzt ein bisschen Puderzucker. Hier ist der Teig. Der ist schon wieder ein bisschen weich geworden. Einige von euch wissen das ja. Bei uns zu Hause ist es wirklich immer sehr warm. Da muss ich bei solchen Plätzchenteigen mich umso mehr beeilen. Denn wir haben tatsächlich kontinuierlich so zwischen 24 und 26 Grad in der Küche, ohne dass wir dort heizen. Das ist einfach von der Bauweise bei uns tatsächlich so. Und das ist bei manchen Teigen oder auch beim Sahneschlagen tatsächlich sehr schwierig. Wie sieht das bei euch aus? Schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare. Der Teig ist jetzt ein ganz kleines bisschen klebrig. Dafür habe ich aber einen guten Tipp für euch parat. Ich habe hier solche kleinen Puderzucker-Mehl-Streue. Auch für Backkakao ist das perfekt geeignet. Ich habe den größeren für Mehl genommen, den kleineren für Puderzucker, wenn es mal wieder Pfannkuchen gibt. Und damit pudere ich nur ganz leicht eben die Arbeitsfläche ein. Könnt ihr natürlich auch mit der Hand machen. Ich finde aber tatsächlich mit dem Streuer wird es nochmal ein bisschen feiner. Und falls ihr mal gucken wollt, welches Equipment ich nutze und euch auch empfehlen kann, schaut gerne mal unten in die Beschreibung. Da findet ihr das. Wenn ihr jetzt so eine Rolle geformt habt, dann macht da kleine Stückchen von ab. So circa 0,5 bis 1 Zentimeter in der Breite. Die können auch größer oder kleiner ausfallen. Ich habe immer so meinen Fingernagel so ein bisschen als Maßband quasi genommen, damit sie einigermaßen gleich werden. Denn so garantieren wir, dass es dann später im Ofen nicht bei einigen Plätzchen zu Verbrennungen kommt, während die anderen noch ganz roh sind. So, das letzte Stück jetzt auch noch. Ihr seht, es ist total einfach. Hier jetzt ein Stückchen nehmen, ein wenig rund formen und schon geht die kleine Kugel in das Puderzuckerbad. Die genauen Zutaten und Mengen habe ich euch selbstverständlich auch mit der Ofentemperatur unten in die Beschreibung geschrieben. Ihr seht es aber auch nochmal am Schluss eingeblendet. Und ich hoffe, dass euch dieses Plätzchenrezept gefällt. Wenn ihr neue Wünsche habt, schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Aber am Schluss verlinke ich euch auch nochmal eine Weihnachts-Playlist. Da findet ihr richtig tolle Rezepte jetzt für diese kuschelige Zeit. So, und wenn das soweit ist, nehme ich jetzt hier, ich habe derzeit ja meinen Mini-Backofen. Der ist richtig klasse von Stillstern. Kann ich euch empfehlen. Der heizt sofort auf. Ihr habt weniger Stromverschwendung und könnt wunderbar eure Plätzchen backen. Ich heize den jetzt nur ganz kurz vor. So, habt ihr so ungefähr so 2, 3, 4 Minuten Puffer und dann gehen die Plätzchen direkt drauf. Lasst sie ruhig so als Kugeln. Ihr müsst sie nicht runterdrücken. Sie kommen dann auf das Backblech. Ich verwende immer ganz gerne Backfolien. Mittlerweile tatsächlich kein Backpapier mehr, weil das zum einen Kosten und vor allem umweltschonender ist. Habe ich ja euch immer mal wieder erzählt. Falls ihr da Fragen habt, dann schreibt es mir auch gerne nochmal in die Kommentare. So, und nach den 10 Minuten können wir direkt weitermachen. Die ersten Plätzchen sind schon auf den Teller gewandert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht so die ein oder andere Person sich da schon bedient hat. Es ist aber auch wirklich ganz lecker. Und vor allem dieser Zitronenduft, der dann da in der Gegend schwirrt, kann ich wirklich ans Herz legen. Ich habe das zwischenzeitlich so gemacht, dass ich die ganzen Stückchen, weil es halt bei uns so warm ist, schon zu Kugeln geformt habe. Dann habe ich sie der Einfachheit halber einfach in meine Puderzuckerschüssel gegeben, sie mit meiner Abdeckhaube abgedeckt und dann in den Kühlschrank gestellt, damit sie weiterhin kühl sind. Und ihr seht, man kann mit einer Hand die ganz einfach wieder so ein bisschen in Form bringen und rund formen. Und insgesamt aus der Teigmenge, die unten in der Beschreibung steht, habe ich so 23, 24 Stück rausbekommen. Wie gesagt, das ist jetzt die Größe, die ich gemacht habe. Ihr könnt die auch kleiner oder größer gestalten. So, guckt mal ganz einfach hier einfach ein bisschen wenden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die mit Schokolade sehr lecker sind. Habt ihr daran Interesse? Dann bin ich schon sehr interessiert in euren Kommentaren und wenn ihr das Rezept nachbackt, dann bitte unbedingt mich verlinken mit Emma Backt oder Emma Magians. Da freue ich mich immer riesig, denn ihr macht so tolles Gebäck. Wenn die Kekse fertig sind, dann könnt ihr das am besten hier mit der Teigkarte eben runterheben. Mit den Händen geht es auch, wird ein bisschen heiß oder ihr nehmt natürlich so einen Teigspatel zum Beispiel. Ich finde tatsächlich die Teigkarte sehr schön dafür. So, und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Sehen die nicht toll aus mit dieser Maserung durch das Aufplatzen beim Backen und ein ganz leicht braun. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken. Liebe Grüße, eure Emma.